So, und da sind wir wieder in Seattle, USA. Und im zweiten Teil des Let's Starts von Infamous Second Son. Und da ich hier gerade schon mal im Pausebildschirm rumhänge, ich will mal gucken, was hier los ist. Also, es gibt wohl Bereiche, in denen man verschiedenste Dinge tun kann. Hier zum Beispiel gibt es noch vier Scan-Stationen, sechs Überwachungskameras, 17 Drohnen. Und die Scherben, die sind wohl auch ganz gut, um aufzuleveln. Also sollte ich versuchen, die zu finden. Ein Geheimagent, eine versteckte Kamera, ein Audio-Protokoll und zwei Schablonenkunst. Ah, ich kann weiter meinem Sprühwahn nachgehen. Und ein Finalkampf, um dieses Viertel endgültig zu befreien. Von dem bösen Feind, dieser Sonderpolizei. Okay, aber erstmal muss ich es durch diese Kontrollen schaffen. Und zwar am besten unbemerkt. Ich kann nicht springen, okay. Das ist wieder eine etwas beruhigte Szene. Da ist das Spiel nicht das Einzige, wo es solche Dinger gibt. Sieht ganz hübsch aus hier eigentlich. Stadt. Dup. Super Abkürzung. Klingt schon blöde. Jetzt gehe ich noch langsamer. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hättest du dich aber bitte bedeckt. Oh, da muss ich das in anderen Eingang nehmen. Okay, Mr. Boss. Oh, oh. Geh auf, blödes Ding. Hä? Das ist ja eine registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich. Natürlich. Der Bus. Mit zu seinen Freunden. Ach, Leute. Aber die anderen Leute, die stehen einfach so rum. Die können sich noch nicht entscheiden, ob sie hier wirklich durch wollen. Oder lieber weiter im Regen stehen. Okay, alles gut. Was zum... Wer verarbeitet? Haha. Besten zwei von drei? Hm. Dersin, hör ab! Den Teufel werde ich! Mann, das tut mir die Gute. Dersin, bleib in Denkung! Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll! Ratscht auf den Türmen! Ich seh sie! Denk dran! Die Zivilisten sind unschuldig! Warte, hier kann ich noch einen Dreiecken. Aua! Lass das... Sie nehmen zu viel Schaden. Ich hatte eigentlich vor, überhaupt keinen Schaden zu nehmen. Das ist mein Rauch. Gib den her. Oh, kacke. Das dauert ganz schön. Helfen Sie... Achso, das ist ein verwunderter Zivilist. Ui, das geht mir gar nicht so gut. Ich stelle mich mal hier hinter das grüne Taxi. Was? Scheiße. Grüne Taxis explodieren. Das habe ich vergessen. Ich bleib dann doch mal in Deckung. Sie nehmen zu viel... Was? Woher? Ich sehe sie! Ich sehe sie! So. Jetzt bin ich aber in Sicherheit, oder? Okay. Was? Dann haben wir einen großen Stein geschmissen. Krass. Okay. Niedriger Energiestand. Das ist auch nicht gut, schieße ich mal. Hä? Ah, ich kann Leute befreien. Ein bisschen... ...für Tumult sorgen hier. Das ist doch schon mal gut. Jetzt müsste ich nur noch irgendwas finden, was raucht. Ach, super. Ich kann nur noch qualmen. Dafür mache ich eure ganzen Klohäuschen kaputt. Können wir sehen, wo ihr hinmachen könnt. Ach, ich kann die aber doch mit der Kette zum Raum bringen, oder? Ja. Das Auto explodiert, bin ich wieder tot. Ah, da oben sind sie. Oh. Oh, kacke. Ich gehe mal hier oben lang. Bisschen Energie haben wir noch, aber nicht viel. Gibt es hier irgendwelche Dinge, die rauchen? Ah, da. Rauch, du Auto! Ah, jetzt. Okay. Ah, da ist so ein Trödel. Den brauche ich auch... Hä? Ich bin in der Top-Pflanze. Och. Nerv. Oh, bewegt sich super langsam. So. Okay. Zwei Upgrades verfügbar. Aschegeschoss. Aschegeschoss. Das kann ich einfach ein bisschen upgraden. Schwefelbombe. Da kann ich Gegner vernebeln. Okay. Kostet aber wahrscheinlich saumäßig Energie, oder? Gesperrt. Wieso ist das gesperrt? Wo stehen denn die Kosten? Rauchgeschoss? Ich mache das einfach eins stärker. Ah, okay. Ich muss es nur lesen können. Cool. Das ist echt ein laufendes Display. Ah, wenn das kein Rauch ist. So. Wo seid ihr Idioten? Das ist ein Zivilist. Das ist ein Typ im Regenschirm. Ich klaue den Regenschirm. Was sind denn die bösen Jungs? Da. Nee. Hä? Das ist das zweitalberndste, was ich je gesehen habe. Ähm. Ich bin verwirrt. Hallo. Ist der Stuhl noch frei? Okay. Also da sind noch Markierungen. Auf dem... Die muss ich ausschalten. Das war ja nahezu gesnipert. Das war ja nahezu gesnipert. Wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Katapultation. Ich muss die Katapultation annehmen. Wie du gesagt hast. Ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich rufe an, wenn ich was habe. Cooles Aufheben. Das sieht ja geil aus. Yeah. Delson. Woo. Da ist noch einer. Die ist einfach nur eingefroren. Okay. Let us help. Wunderschön. Ah, der... Der hat doch was vor. Das spüre ich doch. In der Stadt wird sehr viel gerannt, scheint es. Das spüre ich doch nicht. Ah. Apropos Feuer. Oh. Cool. Gehen wir jetzt hoch. Ich muss doch hier noch Dinge entdecken. Alter Schwede. So hoch wollte ich eigentlich nicht hinaus. Okay. Gibt's... Gibt's hier eigentlich sowas? Ah, das kann man auch kaputt machen, oder? Ach, toll. Äh, nein. Kann ich dich kaputt machen? Nö. Aber da gibt's ein Secret, oder? Ach, Hoppchen. So, cool. Boah. Na, hau mal. Gefahr? Ist mir doch egal, ob das ein Sperrbezirk ist. Dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich seh dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlichen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Äh, wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Ah, ich glaub, ich seh ihn. Riesenbohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Flüttungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiligen. Okay, Paneele weg. Klar. Dann... Ah, da. Den hätten wir. Dann geht's weiter mit den Paneelen. Es tut doch weh, was ihr hier macht. Ich stehe in der Pflanze. Hä? So. Da schreit doch einer. Warte, ich bin hier kurz hoch. So, da sind wir wieder. Ah, das haben wir... Ah, jetzt kann ich die erst richtig sehen. Das ist ja deutlich genug markiert eigentlich. Ich dachte, das sind diese Auspuffdinge auf dem Dach. Jetzt muss ich auf die andere Seite, hm? Hä? Da lebt ja noch. Ah, auf die andere Seite ist allerdings gefährlich. Nein, natürlich bin ich nicht in deiner Schusslinie. Das wäre ja blöd. Oh, mir geht der Rauch auf. Wie geht doch die Lebensenergie aus? Wo ist denn... ...noch irgendwas, was raucht? Gut. Ah, das sieht sehr rauchig aus. Oh, weia. Oh, weia. Nach oben kann man irgendwie nicht direkt fliegen mit dieser Fähigkeit. Okay. 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 Lassen wir's. Wow. Ich hab doch im Prinzip schon alle Dinger abgemacht. Alter. Kommt mal, klar, Jungs. Sicht Kontakt verloren. Gehst du einen Schritt zurück? Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Was? Wer bist du denn? So, ich brauche, als es raucht. Shit, ich muss mal auf ein anderes Dach. Ey, oh, dass der so an den Kanten hängen bleibt, ist mal nervig. Ach, scheiße. Hoch. Noch höher. Na, gut. Okay. So, aber ich hab die doch jetzt im Prinzip alle kaputt gemacht, oder? Das wird nicht angezeigt als Ziel. Okay, ausgleich. Noch eine Pause. Ach, Mist. Das ist schon ganz lustig, eigentlich. Das Hochklettern. Aber es ist mehr so ein Springen und Gleiten, als ein Klettern, wie man's aus Assassin's Creed oder so kennt. Das macht gar nichts auf die Entfernung. So, sehr gut. Das macht nichts. Fängt das wieder an zu rauchen, hier? Nee. Das ist eigentlich eigenartig. Das müsste ja heißen, dass das Feuer unten ausgegangen ist. Okay, wo haben wir denn Rauch? Da hinten. Wow. Was hab ich dir jemals getan? Was ist das denn? Okay. Blöd. Was ist in dieser Wagen? Da. Mehr Lüftungsdinger sind hier nicht. Ich könnte mal draufklettern. R2. Anheben und halten. Böng. 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 Siehst du den Hauptenergiekern? Müsste oben drauf sein. Oh, jetzt nicht mehr fürchte ich. Ach du Kacke. Kriege ich auch sowas? Die kleineren Typen sind mir lieber. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ey. Boah, was zum... Das ist ein bisschen doof, wenn der überall hängen bleibt beim Klettern. Bewahren Sie Ruhe. Das fällt mir gerade ein bisschen schwer. Puh. Puh. Okay. Hm. Okay. Ich wirklich schaden. Okay, das aufgeladene Ding hat auch nichts gebracht, wirklich, oder? Ach, keine Energie mehr. Ah, na, wenn der nicht raucht, dann will er so nicht. Ah, okay, der Dauer raucht auch. Äh, ja, ich hab genug, danke. Dann muss ich da eigentlich noch diese Scherbe einsammeln? Oh, das gibt's doch nicht, warum ist der so viel schneller als ich? Warum darf ich meinen Superschlag nicht ansetzen, aber der haut mich einfach auf den Rücken. Das ist immer so doof. Und Upgrades. Sieht zwar ganz lustig aus. Upgrade, eine Scherbe. Ach so, okay. Karma Stufe 2 benötigt. Ah, okay, hier gibt's jetzt schon diese Trennung in Böse und Gut. Rauch entziehen. Mehr Kapazität ist natürlich auch gut. Okay, kaufen wir das erstmal. Wo ist der Idiot? Kann ich den überhaupt? Den hätte ich vielleicht mal töten sollen. Hey, Delsen, mir fällt gerade ein, die EOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tja, und wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt und wir können trotzdem nach Hause. Okay, ich zapfe mal. Ah, Mist. Und? Hat's geklappt? Ah, kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen D.U.Ps aus allen Richtungen. Ähm, nichts wie Vector. Ja, toller Rat. Huch. Mhm. We spawn, Punkt, okay. Der Kampf um die Befreiung von Queen Anne hat gerade erst angefangen. Fügen Sie den D.U.P.-Truppen, Befestigung und der Überwachungsausrüstung genug Schaden zu, um einen Viertelfinalkampf zu provozieren. Okay. Alter Schwede, das sind viele Stempel. Sterbe eingesammelt, macht auch Sinn. Hallo, hallo, hallo. Okay, Reggie, ich frag nur ungern, aber ist denn deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? So. Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie, weil die U.P. nicht verraten will, wozu sie gut sind. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Nein, vergiss es. Wow. Mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bio-Terroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das hab ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustine gehen. Und es einfach hinter mich bringen. Wer weiß, wie's ausgeht. Okay, okay, schon gut. Du hältst dich von Augustine fern und ich schick dir die Relief-Position, die ich kenne. Ah, da fliegt doch was. Danke, Retch. Du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Salmon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Wow. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für einen Conduit, aber nett, dass du mich einsperren willst. Das fühlt sich gut an. Cool. Küste im Regen. Ich weiß nicht, ob sich die Stadt von ihrer besten Seite präsentiert. Ich würde gern mal so ein bisschen Sonne haben. Kann man die Grafik bestimmt noch mehr genießen. Hallo. Oh, ein Regenschirm. Kann ich anstupsen, aber nicht nehmen. Wow. Rauch ja, Drogen nein. Rauch ja, Drogen nein. Nein zu allen Drogen. Nein zu allen Drogen. Nein zu allen Drogen. Was ist denn das für eine KI? Die protestieren erst mal wahllos gegen irgendwas, schmeißen dann ihren Schilder weg und rennen davon. Und der schläft hier mitten auf der Straße. Der ist gerade überfahren worden, oder? Ist das bescheuert? Okay. Hm. Ah, cool. Explore. Ja, hab ich vor. Warte, hier gab es auch eine coole Karte. Kann man da irgendwie sehen, was hier abgeht? Was bist du denn? Ah, das sind noch Scherben. Scherben sammeln ist doch schon mal eine gute Sache. Ich hoffe nur, hier sind nicht wieder welche von diesen Idioten. Äh... Okay, so. Hä? Hm, ich muss irgendwie hier hoch. Ah, das ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich hab gar nicht erwartet, dass ich da hochkomme. Äh, das weiß ich allerdings gerade nicht, was passiert. So. Ach, da oben ist das Miststück. Okay. Oh. Sehr schön. Der schläft nur. Mach dir keine Sorgen. So ist es. Äh. Da bist du. Ich weiß zwar nicht, welchen Sinn das hat, dass ich diese Dinger aus diesen Flugrobotern fresse, aber... ...wird's schön gemacht. Ah, okay, das sind die Irren und Freaks. Schießt er eigentlich auf mich oder auf die... Oh, offenbar. Okay. Endlich. Was ist denn das für irre? Ah, okay. So ein bisschen kaputt gemacht hab ich's schon. Vorne gibt's auch noch Rauch. Ach, ich werde nicht viel braucht unbedingt. Aua. Okay. Oh. Endlich kann ich rein. Ja, oder auch nicht. So. Da hinten gibt's noch ein Schwert. Ne, eine Scherbe. Was ist denn das für ein blauer Punkt? Das werden wir rausfinden. Zack. Oh. Kriminelle Genies. Hallo. Ich bin hier nur so ein ganz normaler Typ, der hier so ein bisschen... ...feuerkette Leute vermöbelt. Ahem. Ahem. Geht's noch? Tja. Die Gegend hab ich mal befriedet. So ein Kamerasymbol. Ah. Ah, die sollte ich vielleicht ausschalten. Das weiß ich immer noch nicht. Ach, das sind Drogen. Ähm. Gut. Die nächste Scherbe. Hä? Ach, die klebt hier einfach so dran. Was auch immer das ist. Hm? Hä? Das ist ganz da oben, oder? Das ist ja gar kein Problem mit unseren Kletterfähigkeiten. Wir zucken hier einfach nach oben, bis wir auf dem Dach sind. Jo. Oh, oh. Hier sind doch irgendwo beschissene Soldaten in der Nähe. Egal. Zwei Quest... Drei Questziele auf der Karte. Könnt ihr jetzt noch ein paar Kameras ausschalten? Hallo? Ach, Drogen sind hier noch? Spätöle-Kaffee... Eule-Kaffee. Ich finde dieses Symbol nicht so recht. Ich stehe jetzt im Prinzip genau drauf, oder? Ist der das? Coole Moves. Das ist der, oder? Hm. Ich weiß noch nicht, was das für ein Symbol sein soll. Muss ich den ausschalten? Hm. Egal. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen machen soll. Muss ich die ausschalten? Das kann doch auch nicht sein, eigentlich, oder? Oh. Ich bin in ein anderes Gebiet gelaufen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin in ein anderes Gebiet gelaufen. Gut. Ich bin in deinem Gebiet gelaufen. Ich bin in deinem Gebiet gelaufen. Ach, Dreck. Also... Weißt du? Okay, schärflich. Hm. Vielleicht können wir ja auch mal was Cooles. Das kann ich immer noch nicht, ne? Gut gezielte, hustende Feinde, Schwefel-Volltreffer. Okay, Karma Stufe 6, da haben wir wohl noch nicht. Oh, cool, die Wuppertaler Schwebebahn. Wie oft kommen die vorbei? Können wir mitfahren? Wie oft kommen die Wuppertaler Schwefel-Volltreffer. Ja. Ja. Wetteschmann, du müsstest das hier sehen. Alles ist verlassen. Es gibt nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Und jetzt wo die Brücke hin ist, ist die Stadt völlig abgeriegelt. Das ist nicht einfach, oder? Zu blöd, dass ich dir das nicht schon gesagt habe. So hundertmal in den letzten zehn Stunden. Was? Da schießt doch was auf mich. Ich glaube, wenn man sich an die Bewegung gewöhnt hat, ist das echt gut. Der schafft es immer, an irgendeine Kante dran zu lümmeln und dann kommt man ganz gut voran. Ah, da ist so eine Alarmkamera wieder. Okay, alles gut. Das ist schon wieder so ein Hingefallener. Fallen die einfach so hin? Und der guckt da zu. Warum kann er den nicht einfach aufheben? Ja. Sehr gut. War mir ein Vergnügen. Scherben sammeln. Ich finde das gut, dass die sich immer entschuldigen, wenn ich die anrempel. Ups, hab sie nicht gesehen. Wie sie auf mich zugerannt gekommen sind. Ah, ist über mir, oder? Sehr nützlich. Oh, what? Das war mal ein geiler Tod. Ich bin an einem Getränkeautomaten gestorben. Yeah. Ich werde bekloppt. So, was schreiben die nie dran an die Getränke. Oh. Hä? Besiegen. Patsch! Boah. So, wo ist denn der andere Penner? Sehr gut. Ach, da kommen doch wieder... ...die bösen Jungs. Vom Dup. Ah, Hallöchen. Sind sie hingefallen? Praise the Delson! Hä? Ist noch mehr Drogen? Ich verstehe die Symbol nicht. Ich hab das doch platt gemacht hier. Okay. I don't know. Drogendeal verhindert. Ach, jetzt wird's eingeblendet. Drogen vernichtet. Alles liegt am Boden. Aber man weiß nicht. Ob da nicht noch irgendwo ein Tropfen übrig ist. So. Ich werde dieses Let's Play auf jeden Fall schneiden. Oh, er ist auf dem Turm da! Äh, 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 äh. Hannah. Höh, hüpf. Yeah! Huch, hallo. Ich könnte... Ich könnte... Er wird müde? Eine Rauchzapfsäule müssen wir finden. Und bleib unten. So. Ach, hier ist ein Grüner. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Okay, ich hab Dreieck gedrückt, aber vielleicht ein bisschen spät. Kapitulation abgelehnt! Ich hab die nicht abgelehnt. Ich hab die bloß nicht angenommen. Was knallt denn hier so? Das Ding ist unkaputtbar. Was sind das für Schüsse? Hier ist doch überhaupt nichts los. Auf was genau schießen die? Oh, war ich nicht. Das war ich nicht. Okay, ich war's. Du? Mir? Und jetzt? Wie hast du denn dir das vorgestellt, hä? Du und welche Armee? Ja, denk doch mal drüber nach. Steck mal deine Waffe weg und geh nach Hause. Isst ein paar Donuts. Siehst ein bisschen schlank aus. Okay. Der ist immer einfach hinten reingefahren, oder? Das sieht schon echt cool aus. Echt schön. Entschuldigen Sie. Guck mal da, der Eiffelturm. Krass. Krass. Ups. Also das mit dem Open World haben sie schon mal echt hingekriegt. Kann hier völlig frei von einem Viertel ins nächste latschen. Ich weiß nur nicht, warum hier pausenlos Leute auf dem Boden liegen. Du hast Power, Mann! Ach was. Und du hast schwache Knöchel. Und dann beenden wir das Ganze, wo wir angefangen haben. Oder beziehungsweise wo wir in Seattle angefangen haben. Nämlich am Checkpoint. Also, Infamous Second Son. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich brauche noch eine ganze Weile, um hier reinzukommen. Ah, hier steht ein Krimineller noch. Ah. Wow. Ist es schlimm, wenn ich nur noch einen Busch sehe? Bisschen mehr Farbe hätte das Spiel vertragen können. Da ist der Krimineller! Ich akzeptiere deine Beerdigung. Was zum Bär? Wo? Warum? Warum? Alles sauber, ich habe was gehört. Okay, Deal vereitelt. Das ist doch schön. Dann beenden wir das Ganze mit einem vereitelten Deal. Und, ähm, ja. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Diogo, der. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.